Hallo ihr Lieben, heute komme ich auf euch zu mit einem tatsächlich neuen Format. Ich habe mir überlegt, es muss mal was Neues her. Und dazu habe ich gedacht, naja, was könnte ich denn machen, was vielleicht in dem großen Kanal von uns, von Liebscher und Prachtkanal, so wirklich gut ankommt. Und dann bin ich doch auf die Idee gekommen, mir einen Mitarbeiter von Roland auszuleihen. Hm, vielleicht kennen ja die einen oder anderen diesen Mitarbeiter, den ich jetzt meine. Es ist auf jeden Fall der René. Hu, hu, ich freue mich so. Dankeschön, dass du mich hier hast. Ja, bitteschön. Dann darf ich doch gleich mal übernehmen von dir, oder? Ja, kleinen Augenblick noch. Also so ist es halt immer mit dem René. Ich muss dann manchmal ein bisschen bremsen oder auch nicht. Aber auf jeden Fall, es geht um seriöse Themen, aber vielleicht mal so ein bisschen fluffiger, leichter aufgearbeitet. Und wenn euch das gefällt, dann wäre ich so froh, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr uns den Daumen nach oben schenkt. So, René, jetzt zu dir. Frau Doktor. Ja, bitteschön. Was hast du denn heute? Du hast ja ein bestimmtes Thema mitgebracht. Genau. Und ich sage es mal ganz, ganz salopp. Es ist so, dass ich vieles auch gar nicht verstehe, was du so sagst. Und ich will, dass du es einfach mal ganz, ganz, ganz runterbrichst, sodass ich es auch mitverstehen kann. Und es geht um Vitamin D. Lass uns um Vitamin D reden. Was ist Vitamin D? Aber ich habe doch schon so viele Videos zum Vitamin D gemacht. Sag es mir. Du hast es nicht verstanden. Du kannst mit mir reden wie mit deinem Beichtvater. Sag es mir. Okay, also Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, aber hat mehr die Funktion eines Hormons. Weil im Gegenteil zu allen anderen Vitaminen können wir tatsächlich Vitamin D selbst herstellen. Vitamine normalerweise musst du mit dem Essen hier zuführen. Und beim Vitamin D ist es tatsächlich anders. Weil, wenn wir in die Sonne gehen und viel nackte Haut zeigen, dann haben wir die Chance, dass Vitamin D über das Unterhautcholesterin gebildet wird. Frage. In die Sonne gehen mit oder ohne Sonnenschutz? Also man geht davon aus, ab Sonnenschutz Nummer 8 keine Chance mehr, Vitamin D zu bilden. Deswegen haben auch so viele Leute eine Unterversorgung nur mal so nebenbei. Kannst du uns einen Tipp geben, wie lange wir die Sonne genießen dürfen, ohne wirklich davon Schaden zu tragen? Ja, das hat was mit dem Hauttyp zu tun. Also bei ganz hellen Leuten würde ich eher sagen, so 10 Minuten mehr geht nicht. Und dann schon auf jeden Fall schützen. Aber das Spannende ist, wenn wir dann tatsächlich in der Sonne sind, ohne Schutz, dann ist unser Körper in der Lage, 10.000 bis 20.000 internationale Einheiten selbst zu produzieren. Allerdings etwas weh kommt jetzt hinzu, weil wenn Menschen älter werden, dann wird die Haut ja auch älter und dann wird es immer schwieriger, Vitamin D zu bilden. Deswegen also gerade bei älteren Menschen, also ich sage jetzt mal so ab 55, 60, da hast du ja noch ein bisschen Zeit, genau, sollte man, auch wenn man in die Sonne geht, trotzdem mal ab und an den Vitamin D-Spiegel prüfen lassen. Jetzt sagst du es, prüfen lassen. Wie mache ich das? Und wie kann ich den Wert bestimmen? Du nicht, aber du kannst ihn bestimmen lassen tatsächlich. Du kannst es. Ja, ich kann es auch nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich gebe es dann weiter ins Labor. Also es gibt die Möglichkeit im Übrigen, Selbsttests zu kaufen. Also du kannst vom Internet dir ein Vitamin D-Kit besorgen. Würdest du das empfehlen? Ja, die sind schon ziemlich genau. Die finde ich relativ gut. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das bei einem Arzt bestimmen zu lassen. Und die meisten Ärzte sind mittlerweile auch offen dafür. Allerdings ist es eine Selbstzahlerleistung. Deswegen kannst du es auch als Kit kaufen. Okay. Und es kostet so irgendwie 20, 25 Euro. Aber ich würde es auf jeden Fall raten, denn was ich schon alles in meiner Praxis erlebt habe, das ist wirklich erschreckend. Und zwar an Unterversorgung. Also Überversorgung habe ich ganz, ganz selten. Gibt es aber auch? Ja, die gibt es auch. Aber man weiß, selbst wenn die Werte einfach etwas zu hoch sind, dass es überhaupt kein Thema ist. Kann da was passieren bei Überversorgung? Oder wie merkt man das mal so? Wie merkt man eine Überversorgung? Tatsache ist, dass ich damals im Studium noch gelernt habe, dass wenn man Vitamin D überdosiert, dass das tödlich sei. Und ich glaube, das Gleiche wird immer noch unterrichtet. Das dauert ja immer ein bisschen, bis sich was verändert. Hand aufs Herz. Lernt ihr irgendwas im Studium über die Ernährung? Oder über, nee? Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und heute auch noch nicht. Und ich finde es ganz furchtbar. Das ist doch Armutszeugnis, oder? Ja, ich finde, das geht nicht. Das geht nicht, weil wir leben von dem, was wir zu uns nehmen. Aber das kann mal ein anderes Thema sein. Zurück zum Vitamin D. Also wir waren bei der Überversorgung. Und geht, okay. Ja, habe ich gelernt. Aber das war auch im Übrigen der Grund, warum ich immer so, vor 20 Jahren ist mir das ja schon aufgefallen, dass diese Vitamin D-Spiegelt bei meinen Patienten so weit unten sind. Auch wenn sie braun gebrannt aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Und dann habe ich halt von den 1.000, die man geben darf, in den nationalen Einheiten, bin ich dann auf 2.000 gegangen, weil ich dachte, meine Güte, ein bisschen mehr. Und natürlich hat es immer noch nicht gelangt, aber irgendwelche Vergiftungserscheinungen habe ich auch nicht beobachtet. Und man weiß, dass wenn Menschen sogar über einen längeren Zeitraum, sprich 1, 2 Monate jeden Tag, 50.000 bis 100.000 nehmen, ihnen auch nichts passiert. Also, ich würde jetzt einfach mal ganz generell Entwarnung geben für eine Überdosierung. Okay, dann gib uns auch mal eine ganz generelle Ansage. Wie viele Einheiten sind denn auf wie gar keinen Fall bedenklich? Also, für so Menschen wie dich, du bist jetzt ein bisschen größer als ich und vielleicht auch deswegen ein bisschen schwerer. Du bist 85, 72 Kilo. Okay, 79 Kilo. Okay, alles klar. Dann würde ich dir wahrscheinlich 5.000 bis 6.000 empfehlen pro Tag. Und ich würde, ich bin so immer bei zwischen 4.000 und 5.000. Also, in der Regel nehme ich 4.000. Okay. Internationale Einheiten pro Tag. Wie kann ich die einnehmen? Es gibt unglaublich viele Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich gut sind. Und da muss man halt drauf gucken. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel mit 1.000 internationalen Einheiten, mit 2, mit 5, mit 10, mit 20.000. Also, ich würde schon sagen, dass es besser ist, dass man jeden Tag eigentlich diese Dosis einnimmt, anstatt einmal in der Woche. Aber bevor Menschen es überhaupt nicht nehmen, dann sollen sie wenigstens samstags oder sonntags einmal in der Woche die entsprechende Anzahl an internationalen Einheiten Vitamin D zu sich nehmen. Okay, gut. Also, ich kann täglich sublimieren, so heißt es, glaube ich. Und kann ich irgendwas falsch machen, wenn ich denn noch andere Präparate parallel dazu einnehme? Nee, eigentlich nicht. Aber was ganz gut ist und was wir wissen ist, dass wenn man Vitamin D mit Magnesium und mit Vitamin K zusammennimmt, dass Vitamin D besser wirken kann. Das finde ich auch ganz spannend. Vitamin K noch nie gehört, Petra. Was ist denn das? Vitamin K, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Vitamin, das die Gerinnung reguliert. Man hat ja früher gesagt, dass man aufpassen muss, so wie Vitamin K, gibt es irgendwelche Blutgerinnsel. Heute weiß man, dass Vitamin K die Blutgerinnung beispielsweise reguliert. Also, wenn man zu dickes Blut hat, macht es sogar dünner, zu dünnes Blut macht es ein bisschen dicker und so weiter und so fort. Und man weiß, die drei Sachen zusammen erhöhen die Wirkweise von Vitamin D. Das klingt super interessant und hört sich spannend an. Ich glaube, das hätte sogar ein extra Thema verdient. Vielleicht haben wir ja noch mal die Chance, damit wir das noch mal aufsplitten können mit dem Vitamin K. Das mache ich gerne mit dir. Klasse. Wollt ihr es haben? Einfach wenn? Schreibt mal unten in die Kommentare rein. Gerne. Dürft ihr gerne immer machen, auch wenn es euch irgendwas gibt, was euch brennend interessiert. Wir lächzen nach neuen Themen, die wir für euch erörtern dürfen. Und deswegen würde ich mich auch wahnsinnig freuen. Petra, das waren schon super viele Informationen, die mir auf jeden Fall weitergeholfen haben. Ich hoffe euch doch auch. Jetzt habe ich aber noch was mitgebracht, nämlich ein paar Fun Facts zum Thema Vitamin D. Ich bin gespannt, ob ihr sie schon gewusst habt und ich bin gespannt, ob du das schon mal gehört hast. Vitamin D ist mit Cholesterin verwandt. Tja. Stimmt das? Sehr gut, es stimmt. Aber Cholesterin ist was Schlechtes, oder? Nö, wir brauchen Cholesterin, um Gottes Willen. Es ist nur schlecht, wenn wir viel zu viel davon haben. Und Vitamin D wird tatsächlich aus dem Grundgerüst des Cholesterins hergestellt. Merke auf, Cholesterin, weiteres Thema. Vitamin D macht immun. Ja, ganz klar. Vitamin D-Mangel ist immer ganz schlecht für unsere Abwehr generell, weil wir wissen, wenn wir Vitamin D haben, dann arbeiten all unsere Zellen wesentlich besser als ohne Vitamin D. Und dazu muss ich noch eines sagen, Vitamin D-Rezeptoren, also Andockstellen von Vitamin D, sitzt in jeder Zelle. Und deswegen müssen alle Zellen genug mit Vitamin D auch bestückt sein, damit sie optimal arbeiten können. So einfach ist es. Klingt simpel. Vitamin D wirkt zusammen mit Vitamin K. Und was Vitamin K ist, haben wir ja gerade geklärt. Stimmt. Stimmt. Okay. Noch eine Weisheit, Vitamin D schützt vor Autoimmunkrankheiten. Ja klar, weil es ist ja auch eine Immunschwäche beziehungsweise eine Überreaktion. Und deswegen braucht der Körper genügend Vitamin D, dass reguliert werden kann. Deswegen auch wichtig. Und jetzt das Letzte. Vitamin D macht fruchtbar. Da ist das was für dich? Das ist doch was. Du bist ein süßer Schatz. Ja, okay. Macht fruchtbar. Klar, weil nur dann sind wir fruchtbar, wenn wir alles haben, was wir brauchen. Und dazu gehört auf jeden Fall Vitamin D und die Sonne und die Liebe und ein bisschen Lachen. Und ein ernstes Thema, das wir heute, glaube ich, ein bisschen anders mal rübergebracht haben. Wir haben es auf jeden Fall ein bisschen anders. Da bespiegelt das Ganze. Und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Mir in jedem Falle. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für, ja, die ganzen Infos, die auch ihr hoffentlich mitnehmen durftet. Und dir sage ich, Sonne scheint, Regen rinnt. Ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen. Ade, Petra B. Ich glaube es ja nicht. Doch, René. Ist der süß, oder? Also, ich muss mich jetzt auch erst mal sammeln, weil ehrlich gesagt, wir haben uns ganz einfach, ganz spontan darauf eingelassen, nichts vorbereitet und das ist dabei rausgekommen. Und wenn ihr das mögt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann gebt uns den Daumen und dann abonniert diesen Kanal, weil, wenn ihr das mögt, sehen wir noch mehr mit René. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe. Bis ganz bald.